Die Stadt ist ein Schnappschuss. Das ist gut. Die Karte ist jetzt neu kalibriert. Hab nicht viel fotografiert, seit ich beim Bugle aufgehört hab und vergessen, wie viel Spaß das macht. Ich sollte noch mehr Wahrzeichen fotografieren. Hm, es ist Mr. Lee. Hallo? Peter, hier ist Martin Lee. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass wir noch Zeit für die Vorbereitung von Mace Party brauchen. Der Kuchenlieferant steht wohl im Stau. Oh, kein Problem. Sagen Sie mir Bescheid, wann ich vorbeikommen soll. Großartig. Dann bis bald. Okay, ich hab noch Zeit. Mal sehen, was draußen in der Stadt los ist. Das ist ein Schnappschuss. Vielen Dank.